Man kennt das ja vielleicht so vom Sport, wenn man da irgendwie besonders ambitioniert ist, dann macht man einen Marathon. Da rennt man 42 Kilometer durch die Gegend und versucht dabei danach nicht zu sterben. Ich könnte das wahrscheinlich meiner Konstitution nicht so erreichen, aber gut, ich bin nicht so die Sportskanone. Für mich wäre vielleicht eher so, was eine Herausforderung, die intellektuelle Art ist. Da gibt es so etwas Ähnliches, nämlich einen Hackathon, wo man vielleicht 42 Co-Zahlen schreiben muss oder 42.000, keine Ahnung, wie viel man da schafft. Und wir haben hier heute zwei Speaker, die uns gerne ihre zukünftig geplanten Hackathons vorstellen möchten. Der erste ist Michael Anz. Er ist Smart City Manager bei der Stadt Dresden und dort für das EU-geförderte Projekt Matchup, der Projektleiter. Und er würde uns was erzählen zum bereits hier auf dem Slide zu sehenden Open Data Camp, das am nächsten Monat stattfinden wird, im Oktober bereits im Rudolf-Habig-Stadion. Und als zweites haben wir dann Anne Liebscher von der SLUB Dresden, die dort Projektleiterin ist, für den Coding Da Vinci Kulturhackathon Osthoch 3, der dann 2022 stattfindet. Ein herzliches Willkommen an unsere Speaker. Okay, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ja, genau, mein Name ist Michael Anz. Ich arbeite für die Stadtverwaltung von Dresden, bin dort im Smart City-Bereich. Dort werden halt viele Daten erzeugt und wir gucken, wie wir eben diese Daten auch bereitstellen können. Wir haben jetzt seit 2019 ein Open Data Portal in der Stadtverwaltung und dort kann man Daten abrufen, die freigestellt sind. Und die Sache ist aber die, wir stellen die Daten zur Verfügung und es ist ein ziemlich einseitiger Prozess. Und deshalb haben wir dann frühzeitig uns mit dem Thema beschäftigt, wie können wir sozusagen die Interaktion erhöhen, dass wir auch noch mehr mitbekommen, wie verarbeiten Leute unsere Daten, was kann man vielleicht ändern, was kann man vielleicht auch mit den Daten anfangen. Weil dieser ganze Prozess Daten bereitstellen ist auch unheimlich aufwendig, kostet Zeit, ist auch immer ein großer Diskussionsprozess. Welche Daten dürfen nun freigestellt werden und welche bleiben nicht, werden nicht offen gemacht. Und das, denke ich mir, auch so ein Prozess, der wird sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis da auch in der Verwaltung da überall die Tore aufgemacht werden. Aber ich denke mir, durch so eine Veranstaltung kann man eben auch diesen Austausch befördern und sozusagen da auch ein bisschen so die Barrieren zwischen den einzelnen Sphären abbauen. Genau. Ja, ich werde ganz kurz was sagen zum Open Data Camp. Aber vorneweg nochmal ein Dankeschön an die Veranstalter von den Datenspuren, weil die haben uns in der Vergangenheit auch immer unterstützt. Wir haben 2016 das erste Mal ausprobiert. Wir machen das nicht jedes Jahr, sondern eher so sporadisch. Aber damals, 2016, hatten wir das in den technischen Sammlungen hier in Dresden gemacht, im renovierungsbedürftigen Teil mit einer 50-Megabit-Standleitung für alle, die kurz vorher da reingelegt wurde. Aber es hat ganz gut funktioniert. Und von daher danke an der Stelle und jetzt zum Hackathon selber. Das Ziel ist, wie gesagt, einfach die Teilnehmer zum Austausch miteinander bringen, Ideen entwickeln zu lassen, zu gucken, wie man mit den Daten arbeiten kann, was man mit den Daten anfangen kann, die wir bereitstellen. Und hier in dem Fall ist es so, wir stellen die Daten nicht nur von Seiten der Stadtverwaltung bereit, sondern wir haben den Freistaat angesprochen, also Freistaat Sachsen, Daten mit bereitzustellen. Ist auch mit dabei mit zwei Einrichtungen, den Geobasisdaten und den Informatikdiensten. Und wir haben auch andere mit angesprochen, einfach um sinnvoll wie ein Set an Daten hinzubekommen, mit denen man gut arbeiten kann. Ich sage gleich nochmal was, was wir da gegenwärtig im Kopf haben. Wir haben Urban Mobility oben drüber geschrieben, also urbane Mobilität, einfach vor dem Hintergrund, dass wir das Ganze im Stadion jetzt durchführen und uns überlegt haben, als eine Themenstellung würden wir das Thema Großveranstaltungen dort thematisieren und versuchen, die Leute, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen, zu motivieren, das Auto stehen zu lassen und auf andere Verkehrsformen umzusteigen. Also Bus, Bahn, Fahrrad, zu Fuß, wie auch immer. Bloß eben das Auto möglichst weit weg vom Veranstaltungsort selbst oder am besten gleich halt ohne Auto anreisen. Und dabei die Überlegung, eben nochmal die digitalen Möglichkeiten abzuprüfen, die man dann vielleicht auch so einem Veranstalter wie dem Stadion, wo dann Konzerte oder Fußballspiele eben stattfinden, mit anzubieten. Daneben gibt es natürlich immer die Möglichkeit, auch eigene Vorschläge mit einzubringen. Idealerweise diesmal unter dem Label Urbane Mobilität. Wir haben auch Partner, die dann sich noch was überlegen. Also die SLUB ist dabei, die Unibibliothek hier in Dresden, die auch nachher noch das Coding Da Vinci vorstellen wird. Bei denen waren wir das letzte Jahr, vor zwei Jahren, muss ich ja sagen, 2019, hatten dort das Open Data Camp durchgeführt im Makerspace der Universität. Und um nur mal so eine Vorstellung zu geben, was dabei rauskommen kann, ist halt viel. Dort war es halt so gewesen, jetzt speziell für die SLUB wurde im Makerspace eben was entwickelt, wo die Daten von der Staatsbehörde für Geobasis-Dateninformationen genommen wurden, also Landschaftsmodelle und Luftbilder. Die wurden miteinander verschnitten und wurde für den Makerspace, für die 3D-Drucker dort, ein Prozess entwickelt, mit dem man eben dann 3D-Modelle von bestimmten Landschaften in Sachsenland eben drucken kann. Das fand ganz gut Widerhall, ist auch mehrfach jetzt schon genutzt worden. Das ist bloß sozusagen mal ein Beispiel. Dieses Jahr, neben diesem Veranstaltungsthema, haben wir als Stadt noch das Thema Barrierefreiheit mit ausgegraben. Wir haben einen Datensatz bereitgestellt, wo wir für öffentliche Gebäude, nicht zwangsläufig nur Gebäude der Stadtverwaltung, Daten in einem sogenannten Portal Barrierefreiheit zur Ansicht geben und die maschinenlesbaren Daten eben jetzt zum Hackathon auch mit bereitstellen, um eben zu schauen, ob man damit ein besseres Hinweise, Routing, wie auch immer, zu Orten in Dresden hinbekommen kann. Wir haben deshalb auch die Deutsche Bahn zum Beispiel mit angesprochen, bei der eben Fahrstuhldaten mit bereithält. Wo sind Fahrstühle, wie sind die zugänglich, funktionieren die gerade? Und dass man solche Daten alle mit nutzen kann, um da sinnvolle Ideen und vielleicht auch Lösungen rausbekommen zu können. Weil es um das Thema Verkehr geht, kommen da noch andere mit ins Spiel. Also wir haben ja in Dresden die Mobilitätspunkte aufgebaut mit den Mobi-Bikes und da sind wir gerade im Gespräch mit Nextbike, die gerade die Mobi-Punkte hier bei uns betreiben mit den Mobi-Bikes, dass die eben auch ihre Daten damit zur Verfügung stellen. Also ihr seht, das ist eine bunte Mischung an Datenpaketen, die man nutzen kann. Wir freuen uns drauf, sozusagen da mit den Nutzern ins Gespräch zu kommen, Ideen zu entwickeln, was sozusagen Informationstechnik heute noch an Möglichkeiten bietet. Und genau, und laden dann eben herzlich zum Hackathon ein vom 22. bis 24. Oktober. Ist leider genau in den Ferien, aber das ist ein bisschen dem Timetable im Stadion geschuldet. Und denken, das wird eine gute Sache. Wir sind gerade fleißig, ämsig dabei, das Ganze vorzubereiten. Und freuen uns darüber, wenn ihr kommt, wenn ihr vielleicht anderen mitteilt, dass das Ding stattfindet. Wer Interesse hat, ist gerne eingeladen, kann sich dort einfach anmelden, hier unter der Webseite, die dort aufgeführt ist. Und ja, wenn es noch Fragen gibt, dann könnt ihr die jetzt stellen oder auch gerne nachher, wenn ich dann wieder da unten sitze. Genau, aber vielleicht so viel erst mal zum Open Data-Camp. Wenn es unmittelbar Fragen gibt, vielleicht gleich, sonst würde ich jetzt an die Anne Liebscher übergeben von Coding Dimensity, beziehungsweise von der SLUB. Okay, danke euch. Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier auch den Coding Da Vinci Kultur-Hackathon vorstellen zu können. Wir von der SLUB sind als Projektträger für den Hackathon da und wir möchten vor allen Dingen Kultur und Technik miteinander vernetzen. Der Hackathon ist 2014 ins Leben gerufen worden. Der findet zweimal jährlich mittlerweile in ganz Deutschland statt. Also im Moment läuft der Hackathon im Niederrheinland. Und das Ziel des Ganzen ist, dass wir Kultureinrichtungen dazu bringen möchten, ihre Daten, also bereits digitalisierte Daten zur Verfügung zu stellen oder sich den Ruck zu geben, doch noch Sachen, die in Kellern lagern oder in Archiven auch zu digitalisieren und die eben einem neuen, breiten Publikum zugänglich machen zu können. Das ist so die eine Sache. Und die zweite Sache, was wir gerne erreichen wollen mit diesem Hackathon, ist eine zusammen- oder stärkere Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen in Polen, Tschechien und Sachsen. Also wir heißen Coding Da Vinci Ost hoch 3, weil wir im Dreiländereck tätig sein wollen beziehungsweise Einrichtungen aus allen drei Ländern ansprechen wollen, damit sie ihre Daten zur Verfügung stellen. Das heißt, wir werden eben auch Daten aus polnischen und schälischen Einrichtungen haben, was sehr spannend sein wird, auch was sprachliche Fragen angeht. Das ist so die Vernetzung zwischen den Ländern, die wir erreichen wollen. Und dann wollen wir natürlich auch interdisziplinär vernetzen. Also wir haben die Datengeber, die Kultureinrichtungen sind. Dann haben wir natürlich die Programmierer, die Creative-Tech-Szene. Wir haben Künstler und Designer, die wir dann mit ins Boot holen wollen. Wir haben Makerspaces, die wir einbeziehen wollen, sodass am Ende eine sehr, sehr breite Palette eigentlich an Ergebnissen dabei rauskommen kann. Genau, hiervon habe ich jetzt gerade schon einiges gesagt. Gerade nochmal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Genau, also wir wollen eben eine Plattform zur Vernetzung zur Verfügung stellen. Es wird zwei Events insgesamt geben. Den Zeitplan zeige ich auch gleich noch. Und wir wollen einfach einen Mehrwert schaffen. Wir wollen was Neues kreieren. Wir wollen was Besseres schaffen, dass eben digitalisiertes Kulturerbe auch öffentlich zugänglich ist. Und sich auch junge Menschen oder für junge Menschen es einfach einen einfacheren Zugang gibt, die eben schneller das Smartphone mal in der Hand haben, als jetzt vielleicht ins Museum zu gehen. Genau, das sind unsere Projektpartner. Wir freuen uns eben auch, den Chaos Computer Club als Projektpartner gewinnen zu können oder dass wir ihn gewinnen konnten für das Projekt. Wir haben verschiedene Partner direkt in Dresden, aber auch in ganz Sachsen. Wir haben der Makerspace, der Slup wird natürlich auch involviert werden und arbeiten auch mit Make More in Prag zusammen zum Beispiel. Also wir haben noch einen Makerspace dort begeistern können für das Projekt und gerade auch ganz, ganz intensiv mit der Universität in Frotswarf. Also ich glaube, es wird wirklich drei- oder trinational gelingen, dieses Projekt. Ich glaube, die Einrichtungen sind da auch sehr motiviert, das Ganze voranzubringen. Genau, und die Einrichtungen werden auch ihre Datensätze dann zur Verfügung stellen, bis auf natürlich die Makerspaces oder diejenigen, die eher so auf der Teilnehmensakquise auf dieser Ebene dabei sind. Genau, das so ist der Ablaufplan. Also wir haben eigentlich jetzt die Einwerbung von Glam steht hier, also von den Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen in den drei Ländern so gut wie abgeschlossen. Also die Anmeldungen laufen jetzt gerade noch. Also bis zum 21.09. bis nächste Woche können sich noch Einrichtungen für eine Informationsveranstaltung am 29.09. bei uns anmelden und dann gibt es am 5. und am 7.10. für die Einrichtungen selbst als datengebende Institution in der ersten Oktoberwoche auch noch zwei Termine. Genau, und da erhalten die Informationen, welche Art von Daten die eigentlich bereitstellen müssten, um teilzunehmen, grundlegende Informationen zur Coding da Vinci und sind dann hoffentlich ganz begeistert, bei der ganzen Geschichte mitzuwirken. Im Oktober und November folgt dann die Phase, dass wir Anmeldungen entgegennehmen von Teilnehmenden. Da bin ich jetzt sogar ein bisschen früh hier, weil wir haben noch September und haben daher auch noch gar keine Möglichkeit auf der Internetseite, dass man sich als Teilnehmender anmelden kann. Das kommt aber noch. Also wir arbeiten da dran, dass das spätestens auch ab Oktober dann möglich sein wird, dass man sich bei Interesse natürlich ganz fleißig bei uns auch anmelden kann. Genau, im Januar wird es dann so sein, dass die Einrichtungen ihre Datensätze abgeben, dass die dann zur Verfügung stehen und dass die Teilnehmenden sich die dann anschauen können. Und am 13. und 14. Moment, ich glaube, hier ist ein Tippfehler, das müsste der 12. und 13. sein, das Wochenende, da wird das große Kick-off-Event stattfinden, wo zum ersten Mal alle zusammenkommen. Also es kommen die Vertreter der Kultureinrichtungen, der Museen, Archive, Bibliotheken und Galerien zusammen, stellen in einem One-Minute-Madness-Format ihre Datensätze vor und dort können sich eben die Teilnehmenden, die Programmierer, Coder, die Leute aus der Creative-Tech-Szene, die Designer, die Künstler, die dann anwesend sind, Leute aus Makerspaces können sich dann eben anschauen, okay, diese Datensätze gibt es und weitere Informationen bekommen im Detail dann zu diesen Datensätzen und dann werden eben die Teams automatisch oder ganz natürlich entstehen, die dann miteinander zusammenarbeiten für die siebenwöchige Sprintphase, die sich dann anschließt. Also wir sind kein Hackathon, der jetzt nur an einem Wochenende stattfindet, sondern der Hackathon hat wirklich eine Sprintphase, die über sieben Wochen läuft, wo am Ende eine Preisverleihung steht für die besten Anwendungen, die dann entstanden sind, beziehungsweise laufende Prototypen sollten das dann eigentlich sein. Genau. Und damit wird der Hackathon dann auch abgeschlossen im April. Voraussetzung für Datensätze, das ist jetzt vielleicht an dem Punkt hier nicht ganz so wichtig, weil das jetzt eher die Voraussetzungen für die Glambs sind, für die datengebenden Einrichtungen, das nur so für euch mit einem Blick, dass ihr wisst, um was es geht. Also es geht eben um offene Daten und freie Lizenzen, das sind so die Schlagworte für den Coding-Da-Vinci-Kultur-Hackathon. Genau. Beispielprojekte habe ich nur kurz zwei. Eins zum Beispiel hier vom Rhein-Main 2018, da wurden Digitalisate eines Museums in Frankfurt genommen und man konnte zufällig neue Gesichter entstehen lassen durch dieses, ja wie nennt man das, Zufallsprinzip. Also es wurden verschiedene Körperpartien, können miteinander kombiniert werden, zufällig, die können dann vergrößert, verkleinert werden, so dass das dann von den Proportionen auch passt. Man kann das aber auch, also es läuft nicht nur über Zufallprinzip, man kann sich auch direkt was aussuchen und dann neue Sachen entstehen lassen. Das zum Beispiel, dann wurde eine App entwickelt, wo Tier- und Vogelstimmen genutzt wurden als Wecker und man musste das Tier richtig identifizieren, damit der Wecker aufgehört hat zu klingeln. Das ist zum Beispiel auch eine Sache aus einem anderen Museum, da wurden Audiodateien verwendet. Und noch ein drittes Beispiel habe ich hier, Moment, da wurden von verschiedenen Einrichtungen, wurde eine Art Kleiderkreisel oder Vinted, wie es jetzt heißt, Facebook und Instagram, glaube ich, die drei Apps wurden so mit Daten besetzt, als würde es diese Apps im Jahr 1938, 1939 geben. Also man hat aus verschiedenen Museen und Archiven Daten da eingebunden und das würde ich ganz kurz zeigen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Musik 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 Genau, also das ist für mich persönlich auch ein super Beispiel, wie man eben sowas jungen Menschen zugänglich machen kann, was man im Geschichtsunterricht einfach auch weiterverwenden kann, damit eben Schüler und Schülerinnen auch einen Zugang oder einen einfacheren Zugang zu diesen historischen Themen haben, die vielleicht sonst eher im Geschichtsunterricht nicht ganz so begeistert dabei sind. Also genau, es gibt noch viel, viel mehr solche Beispiele. Also das ist jetzt eben von Niedersachsen 2020 gewesen. Es gibt auf der Coding Da Vinci Website noch ganz, ganz viele weitere Beispiele, beziehungsweise sind dort alle Anwendungen, die entstanden sind, veröffentlicht. Das kann man sich dann einfach angucken und durchklicken, um da so ein bisschen eine Idee zu bekommen, was da schon gemacht worden ist. Genau, und Interesse, also wer Lust hat, dabei zu sein, mitzucoden, kreativ zu sein beim Coding Da Vinci Kultur Hackathon, der kann sich gerne bei mir einfach per E-Mail melden, also gerne auch bei Nachfragen einfach eine kurze E-Mail an mich. Ich antworte gerne zu allen Fragen, die nicht technisch sind, aber die gebe ich gerne an meinen Kollegen weiter, da ich leider den technischen Background nicht mitbringe, arbeiten wir im Team und mein Kollege Jens Nauber kann da auf alle technischen Fragen auch gerne antworten. Und im Oktober, November, wie gesagt, werden wir eine Anmeldeoption jetzt auch schaffen für die Website Coding Da Vinci, wo man unter den Events dann auch Coding Da Vinci Ost finden wird, was eben nächstes Jahr dann eine einmalige Veranstaltung bei uns im Dreiländereck ist. Und ja, ihr seid herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Dankeschön. Wir hätten jetzt noch Zeit für vielleicht eine Frage, wenn jemand im Publikum noch eine Frage stellen möchte. Das scheint jetzt gerade nicht der Fall zu sein. Auf jeden Fall möchte ich euch auch von Seiten des CCC durchaus ermutigen, an solchen Projekten teilzunehmen. Diese Synthese aus technischer Expertise und dem kulturellen Background ist ja genau das, was unser persönliches Ziel erfüllt, was wir als Verein haben, eben diese technische Kompetenz nicht nur irgendwie in unseren eigenen Hackerspaces zu kultivieren, sondern auch in die Gesellschaft rauszutragen und der Gesellschaft dabei zu helfen, zu verstehen, was die Konsequenzen von dieser Technik sind und wie man damit vielleicht tatsächlich ein besseres Leben erreichen kann und nicht nur eine schnellere Slot-Machine wie Instagram. Von daher vielen Dank, Anne. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank.